Guten Tag, Herr Gastmann, ich begrüße Sie. Herr Gastmann, die Wirtschaftskrise haben wir zumindest in Luxemburg einigermaßen gut verdaut. Jetzt geht es wieder aufwärts, wie man so schön sagt, nur auch hier in Luxemburg steigt die Arbeitslosenquote, eine Arbeitslosenquote, die auch durch Automation nach oben getrieben wird. Wie groß ist allgemein die Gefahr für den Arbeitsmarkt bzw. für die Erwerbstätigen, die von der Automation ausgeht? Die Technik kann immer mehr und sie wird immer billiger. Das führt zu einem Verdrängungswettbewerb, den die Menschen nicht gewinnen können. Nirgends, auch in China nicht. Nirgends werden so viele Menschen wegautomatisiert, wegrationalisiert wie in China. Herr Gastmann, stellt sich dann der Mensch nicht selber auch ein Bein, der Mensch, der ja ständig neu entwickeln und neu erfinden muss? Das ist eine ökonomische und eine philosophische Frage. Muss er das? Muss er sich ständig selbst neu erfinden? Ich glaube nicht. Damit nehme ich sicherlich eine Minderheitsposition oder sogar eine Außenseitermeinung ein. Ich finde die Innovationsgläubigkeit, die ist schon sehr erstaunlich. Die ist auch unerschütterlich. Obwohl zum Beispiel jedermann beobachten kann, dass das Innovationspotenzial bei vielen Produkten oder auch bei Dienstleistungen allerdings ausgereizt ist. Nehmen wir zum Beispiel mal Möbel. Ich stehe jetzt hier an einem Tisch, sitze auf einem Stuhl. Was will man da noch groß optimieren? Was will man da noch an Innovationen bringen? Oder nehmen wir mal Mode. Alles schon mal da gewesen. Nehmen wir Geschirr, Besteck, Fahrräder, Teppiche, Tapeten, was auch immer. So große Teile unserer Volkswirtschaft basieren auf Produkten, die man überhaupt nicht mehr verbessern kann. Und das, was man verbessern kann, das sind entweder Nuancen oder es wird sogar verschlechtert, sagen wir mal, bei Lebensmitteln. Da werden neue Zusatzstoffe eingebraut. Da werden dann, sagen wir mal, Erdbeeren durch Aromastoffe ersetzt. Und man feiert das als Innovation. Ist nicht unbedingt eine Verbesserung. Oder zum Beispiel, sagen wir mal, das große Thema, das große Beispiel ist immer MP3-Dateien, Musikdateien, Tonträger. Auch das ist ja keine Verbesserung. Man kann es zwar komprimieren, aber der Klang ist ja schlechter. Also wo sind die großen Fortschritte durch Innovation? Innovation, die sind wirklich sehr, sehr überschaubar. Und ein System muss ja funktionieren, auch wenn es keine Innovation gibt. Das gleiche Thema wie bei Wachstum. Es heißt ja immer, wir müssen immer wachsen, 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 müssen ewig wachsen. Und wenn ich dann in einer Talkshow einen Politiker oder Ökonomen höre, der sagt, wir brauchen immer mehr Wachstum, mehr Wachstum, dann erinnere ich immer an Kenneth Boulding, dem berühmten Ökonom, der sagte, wer glaubt, in einer endlichen Welt sei ewiges Wachstum möglich, der ist entweder komplett verrückt oder ein Ökonom. Und genau das gilt auch für das Thema Innovation. Innovationen sind ja schön und gut, aber ein Wirtschaftssystem und eine Gesellschaft, die müssen ja auch dann funktionieren, wenn es keine Innovation und kein Wachstum gibt. Jetzt trifft es ja auch die Innovation für die Automation zu, das in einem ganz bestimmten und bestimmten Maße. Was Sie jetzt erklärt haben, betrifft ja so eher so die Reproduktion von Sachen. Also man erfindet Sachen wieder neu. Bei der Automation sieht die Sache ja doch ein bisschen anders aus. Da geht man ja wirklich vehement nach vorne. Da geht es um Produktionsprozesse. Und das ist etwas, das habe ich zum Beispiel an meinem ersten Tag an der Uni Bochum beobachten dürfen. Da hatten wir in der ersten Stunde Betriebswirtschaftslehre. Und dann sagt der Betriebswirtschaftslehre, bei uns gibt es das Maximal- und Minimalprinzip. In erster Linie geht es um das Minimalprinzip. Also die Produkte, die wir am Markt absetzen können, die müssen wir mit minimalem Faktoreinsatz herstellen. Das heißt minimaler Materialaufwand, minimaler Energieaufwand und vor allen Dingen minimaler Personalaufwand. Und jeder Betriebswirtschaftsprofessor auf der Welt erklärt seinen Studenten, schmeißt die Leute raus, rationalisiert jeden weg, ersetzt jeden durch Maschinen, bei denen das irgendwie möglich ist. Und verfolgt als oberstes Ziel eine Beschäftigungsquote von 0%. Also möglichst erst ideal ist ein Unternehmen, das nur aus Robotern, Computern und sonstigen Maschinen besteht und in dem niemand mehr arbeitet. Also sagen wir mal ein Versandhandel für Bücher, ich will jetzt hier keine Namen nennen, bei denen nur noch Lagerroboter, Kommissionierroboter, Logistikroboter, Versandroboter und so weiter zusammenarbeiten. Und das Ganze geht in eine Finanzbuchhaltungssoftware. Alles vollautomatisch, die Kunden bestellen selbst und wir haben niemanden mehr beschäftigt. Das ist das Optimum aus betriebswirtschaftlicher Sicht und daran geht die Welt zugrunde und die Automation hilft dabei. Und das Tückische ist, dass das so ein schleichend langsamer Prozess ist. Da gibt es nicht einen großen Knall und alles stellt fest, Moment, die Welt hat sich jetzt auf einen Schlag geändert, das wollen wir nicht, jetzt stehen wir auf. Sondern es passiert so ganz, ganz langsam und deshalb wird das Thema völlig unterschätzt. Wenn Sie von Automation sprechen, dann sprechen Sie auch viel von Rationalisierung. Das hat ja so einen negativen Touch eventuell. Muss dann aber, anders mal gefragt, Automation immer etwas Negatives sein. Wenn ich vielleicht so das extreme Beispiel der Roboter nenne, die zum Beispiel Bomben entschärfen oder vielleicht ein anderes Beispiel, das von der Prothetik. Das ist zwar Robotertechnik, aber diese Robotertechnik wird nicht zur Automation genutzt. Automation bezieht sich immer auf Arbeitsprozesse, auf Produktionsprozesse. In der Prothetik genauso. In der Prothetik wird ja niemand arbeitslos, falls jemand, sagen wir mal, einen künstlichen Arm hat, nachdem man bei einem Unfall verloren hat. Da wird noch was ganz anderes passieren, da wird sich nämlich auch die Schere zwischen Arm und Reich wieder durchsetzen. Und da gibt es ja dann eine Aufrüstung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Also ich denke jetzt mal an das Thema Neuroenhancements, an Gehirndoping, also wird noch viel passieren. Aber jetzt bei einem Minensuchroboter, bei einem Bombenentschärfungsroboter, da hat ja niemand was dagegen. Und wirklich positiv ist ja bei der Automation auch zweierlei. Erstens Dinge, die von Hand überhaupt nicht herstellbar sind, sagen wir mal Computerchips. Die sind ja überhaupt nur durch Automaten herstellbar. Und zweitens ist es ja eigentlich sehr zu begrüßen, wenn Maschinen harte Arbeit machen. Wenn zum Beispiel Minenroboter unter Tage sich eben keine Staublunge holen. Oder wenn zum Beispiel ein Lackierroboter in einer Automobilfabrik keine giftigen Dämpfer einatmen muss. Da geht es also Richtung Ergonomie, ist alles sehr zu begrüßen. Die Frage ist nur, was passiert mit den Menschen? Wenn die rausfliegen, dann haben wir ein anderes Problem. Oder dann fragen wir vielleicht mal andersherum, was kann man dann tun, um die Menschen vor den negativen Folgen der Automation zu schützen, ohne jetzt die positiven Folgen da zu verlieren? Da habe ich ja lange, lange drüber nachgedacht. Das hat man seinen Ursprung genommen 1973. Da war ich in der dritten Klasse. Da hatten wir das Thema Roboter und Automation. Seitdem hat das immer so ein bisschen gekeimt. Damals als Neunjähriger, da war so mein Lösungsansatz. Die Maschinen werden die Menschen verdrängen. Das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Das könnte aber funktionieren, wenn zum Beispiel die Unternehmen die Maschinen bei den Arbeitnehmern mieten müssten. Sie dürfen sie nicht selbst besitzen. Dann würden wirklich Maschinen für die Menschen arbeiten und die Menschen bekommen dann dafür ein Einkommen. Ist ein bisschen schwierig durchsetzbar, war aber eine irgendwie reizvolle Idee. Das hat immer so gekeimt. Und dann habe ich im Laufe der Jahre das immer im Hinterstübchen gehabt. Habe dann 2003 mal angefangen, mir das Projekt jetzt wirklich vorzuknöpfen. Habe daraus ein Konzept entwickelt, ein Buch dazu geschrieben. Dieses Konzept heißt Bandbreitenmodell. Und das basiert auf einem Gedankengang, bei dem man die, sagen wir mal, die Mechanismen der Ökonomie zum Wohle der Menschen nutzt. Bei dem man wirklich die Wirtschaft den Menschen unterordnet. Und wie macht man das? Also der Gedankengang ist folgender. Das ist in fünf Punkten. Der erste Punkt ist, die zusätzlichen Mitarbeiter, oder überhaupt die Mitarbeiter, müssen für alle Unternehmen existenziell wichtig sein. Dann fragen wir uns mal, was ist denn die Existenzgrundlage von Unternehmen? Das ist ein möglichst hoher Umsatz. Also man kann auch ohne Gewinn ewig weiterarbeiten, sondern dass es kein Verlust ist. Aber Umsatz ist das Wichtigste überhaupt. Wie erzielt denn ein Unternehmen einen möglichst hohen Umsatz? Vor allem durch möglichst niedrige Verkaufspreise. Also Qualität und andere Dinge spielen auch eine Rolle. Aber die Preise sind nun mal das mit Abstand wichtigste Kriterium bei Kaufentscheidungen. Wie kann der Gesetzgeber Einfluss auf die Verkaufspreise nehmen? Da blicken wir einfach mal auf eine ganz normale Rechnung. Da sehen wir immer die Umsatzsteuer. Das heißt, der Gesetzgeber oder der Staat ist bei jedem Umsatz immer dabei. So, wie können wir also als Gesetzgeber, und nur der Gesetzgeber kann ja die Regeln machen, nach der unser Wirtschaftssystem funktioniert. Wie kann der Gesetzgeber Einfluss auf die Zahl der Beschäftigten nehmen? Indem er den Satz der Umsatzsteuer jedes einzelnen Unternehmens mit dessen einzelner individueller Beschäftigungsintensität verknüpft. Beschäftigungsintensität heißt Mitarbeiter im Verhältnis zum Umsatz. Das heißt, je mehr Mitarbeiter ich einstelle, bis zu einem gewissen Grad, desto weiter sinkt meine Umsatzsteuer. Und wenn ich ausgehe von einer sehr hohen Obergrenze der Umsatzsteuer und einer sehr niedrigen Untergrenze, und ich mich dazwischen bewege, heißt das, Ich stelle mehr Leute ein und senke meine Preise dadurch. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was an den Universitäten ja gelehrt und in den Unternehmen praktiziert wird. Da ist es ja so, ich schmeiße die Leute raus, senke meine Kosten, kann billiger sein. Das ist ja dieses verheerende Prinzip, dass ja alternativlos gelehrt wird. Das heißt, alle, wie ich gerade sagte, Professoren der BWL, der Betriebswirtschaft, lehren als Ziel 0% Beschäftigungsquote. Das ist das Optimum. Und alle Volkswirtschaftsprofessoren lehren 100% Beschäftigungsquote. Das ist ein völliger Widerspruch. Da wundert sich auch komischerweise niemand drüber. Also da ist man ein Außenseiter, wenn man sich darüber wundert. Da gibt es wenige, wie zum Beispiel Jeremy Rifkin, der berühmte amerikanische Ökonom, der das in seinem Buch, das Ende der Arbeit, beschrieben hat. Ja, wenn wir jetzt noch bei der Automation bleiben, was Sie jetzt da angeführt haben, da scheint ja der Trend ganz genau in die Richtung zu gehen. Also hin zu 0% Angestellten arbeitern in Betrieben. Beispiele zum Beispiel, jetzt stellen Supermärkte auf Self-Scan-Kassen um. Banken seit einigen Jahren schon auf Geldautomaten, um die zwei Beispiele jetzt mal zu nennen. Und hier stellt man aber auch gelungenerweise fest, dass die Angestellten selber, also die potenziellen Opfer der Automation, die Kunden sogar noch auffordern, die Automaten zu benutzen. Sind wir da mittlerweile schon so konditioniert, dass wir die Gefahr da gar nicht mehr bemerken? Da würde ich mich gerne mal mit einem solchen Verkäufer oder einer Verkäuferin unterhalten. Ich kann nicht glauben, dass die das freiwillig machen. Denn die machen sich ja selber arbeitslos. Das ist so wie ein Schaffner im Zug, der sagt, bitte benutzen Sie Ticketautomaten. Nie im Leben macht er das freiwillig. Die kriegen das vorgegeben von ihren Chefs. Die müssen das tun. Und die werden sich dessen sehr bewusst sein. Und werden darunter leiden, dass es im Grunde genommen verrückt ist. Das ist genauso wie zum Beispiel Mitarbeiter aus Firmen, die Produktion nach Osteuropa oder Asien verlagern, die dann ihre Konkurrenz anlernen müssen, um ihre eigenen Arbeitsplätze zu exportieren. Ich glaube nicht, dass die das freiwillig machen. Deswegen habe ich auch den Ausdruck Kondition benutzt. Passiert da vorher also ein sogenanntes Brainwashing? Kann man sich das vorstellen? Ja, es gibt ein riesen Brainwashing. Es gab zum Beispiel diese Woche in der Süddeutschen Zeitung, es war im Spiegel, einen Artikel bei Spiegel Online, dass Ökonomie, das Ökonomiestudium im Grunde genommen nichts anderes als eine Gehirnwäsche ist. Wir werden überall Gehirn gewaschen. Es heißt immer gemäß Margaret Thatcher, Tina, there is no alternative, T-I-N-A. Die gibt es aber sehr wohl, aber sobald jemand sagt, Moment, da gäbe es auch eine andere Idee, sei das jetzt also dieses, wie gesagt, Bandbreitenmodell, sei es das bedingungslose Grundeinkommen, sei es die Freiwirtschaft oder was auch immer, alles wird verteufelt, alles ist Spinnerei, alles ist Utopie und das System, das ja gar nicht funktionieren kann, wird immer als alternativlos dargestellt. Und das, obwohl die Arbeitslosigkeit, wenn man die echten Zahlen mal nimmt, immer weiter steigt, das, obwohl, wie jetzt auch zum Beispiel in Luxemburg, trotz Wirtschaftswachstum, noch steigenden Gewinnen, die Arbeitslosenzahlen immer weiter steigen, das, obwohl die Staatsverschuldung allen um die Ohren fliegt, das demografische Problem wird nicht gelöst, die Menschen haben keine Perspektiven, um Familien zu gründen, die haben keine Jobsicherheit, keine Planung ihrer Zukunft. Das ganze System ist im Grunde genommen tot, aber es wird künstlich am Leben erhalten und den Menschen wird wirklich per Brainwashing, auch mit Unterstützung zahlreicher Medien, immer wieder eingetrichtert, das muss so sein, alles andere kann nicht funktionieren. Aber in Sachen Automation, da gibt es dann aber Alternativen, wenn ich jetzt hier an Luxemburg denke, da haben sich vor kurzem die Gewerkschaften mit Erfolg gegen ein Vorhaben der luxemburgischen Bahngesellschaft durchgesetzt, die auf neun Bahnhöfen, also der Hälfte der Bahnhöfen, die in Luxemburg existieren, die Fahrkartenschalter definitiv schließen wollten. Wird es da in Zukunft mehr gewerkschaftliche Streikaktionen geben müssen gegen die Automation? Bringt das was? Da muss man unterscheiden zwischen verschiedenen Branchen und Nationen. In einer Branche wie zum Beispiel der Bahn, da ist es so, man kann das nicht verlagern. Da gilt dann, all business is local. Das ist ja auch in Deutschland so, die Lokführer, die haben die Macht zu streiken und wenn die streiken, steht alles still, dann setzen die sich durch. Das gleiche gilt auch teilweise im öffentlichen Dienst. Das gilt auch bei den Versorgern, also wenn es heißt, wir legen hier alles still im Bereich Wasserversorgung oder Stromversorgung, dann haben die wirklich Druckmittel in der Hand. In den meisten Branchen ist das nicht der Fall. Da sind die Gewerkschaften ohnmächtige Zuschauer. Da gibt es ja diese Tarifpartnerschaft eigentlich gar nicht mehr. Dann sagen die Arbeitgeber, entweder friss oder stirb. Wir bieten dir, was weiß ich, 1,5% Lohnerhöhung an und wenn du das nicht nimmst, dann verlagern wir ins Ausland oder wir automatisieren. Und dann müssen sich die Gewerkschaften immer weiter zurückziehen und führen nur noch Scheingefechte. Ob man jetzt gegen Automation streiken soll, das ist mal eine Frage, die man auch anders sehen kann, denn wie ich ja gerade sagte, Ergonomie ist ja auch eine schöne Sache. Und macht das eigentlich Sinn, dass zum Beispiel jemand den ganzen Tag in einem Häuschen sitzt und am Tag ein paar Fahrkarten verkauft? Das ist ja nicht wirklich der Sinn des Lebens, Papierschnipsel gegen andere Papierschnipsel zu tauschen. Aber wir müssen kämpfen um Einkommen, um Wohlstand. Und da sollten die Gewerkschaften viel mehr machen, sollten also für höhere Löhne vor allen Dingen streiken. Sie haben aber in der globalisierten Welt bis auf dieses lokale Geschäft keine Möglichkeiten dazu. Bringt aber vielleicht auch die Befriedigung, einen Arbeitsplatz zu haben, auch wenn es nur an einem Fahrkartenschalter ist. Ja, das ist ein Argument, das ich auch immer sage, wenn es zum Beispiel auf Hartz-IVer in Deutschland auf die Arbeitslosen eingedroschen wird, dass die alle so faul seien. Tatsächlich ist es so, dass jeder dritte Hartz-IV-Bezieher in Deutschland erwerbstätig ist. Der verdient nur zu wenig. Das heißt, der arbeitet, obwohl sich das für ihn überhaupt nicht lohnt. Und warum gehen Menschen zur Arbeit, wenn sich das nicht lohnt? Da gibt es in der Ökonomie eine Disziplin, das nennt sich die ökonomische Glücksforschung. Und da ist alles in zahllosen Studien nachgewiesen, Menschen gehen arbeiten, weil sie es wollen, nicht nur, weil sie müssen. Die gehen hin, weil es Sinn stiftet, weil es unter Menschen bringt. Also Geselligkeit ist ein großes Thema. Es geht nicht nur ums Einkommen. Also viele Dinge an der Arbeit sind so befriedigend, dass man sich sagt, ich mache es auch für wenig Geld. Jörg Astmann, welche Jobs sind dann sicher für Automation? Muss die Dienstleistungsbranche zum Beispiel da nichts fürchten? Auch da bin ich wieder einig mit Jeremy Rifkin und vielen anderen Außenseitern, muss man sagen, in der Ökonomie. Es gibt keine sicheren Jobs. Die Frage ist nur, ab wann ist die Technik soweit, einen komplexen Job zu ersetzen? Oder auch ab wann ist der ökonomische Druck so groß, etwas zu ersetzen? Nehmen wir zum Beispiel mal das Stammland der Automation Japan. In Japan gibt es das Problem, dass sie sehr viele alte pflegebedürftige Patienten haben, aber nur wenige Pflegekräfte. Also hat man da ganz massiv Altenpflegeroboter entwickelt und die werden hervorragend angenommen. Die sind also nicht nur günstiger als Altenpfleger, als die menschliche Arbeitskraft, sondern die werden zum Beispiel auch von den Patienten geschätzt, weil sie eine, ich sag mal, Kopfeinheit haben, die ein Gesicht imitiert, das ein Kindchenschema enthält. Also dieser biologische Schlüsselreiz, der wird dabei ausgenutzt. Und die sind auch in der Lage zum Beispiel Konversation zu betreiben. Und zwar mit endloser Geduld. Und da halten sie sich über das Wetter und über Onkel und Tante und was weiß ich. Und also selbst Altenpflege kann man automatisieren. Es gibt die Möglichkeit zum Beispiel Richterjobs zu automatisieren. Anwälte kann man automatisieren. Es gibt automatisierten Journalismus, heute schon. Man könnte auch Friseure automatisieren. Also wirklich alles. Es gibt nichts, was sicher ist. Die Frage ist nur, ab wann ist die Technik soweit und ab wann ist sie billiger? Ab wann lohnt sich das also für die entscheidenden Unternehmen, das Ganze zu ersetzen durch Technik? Und das, was heute noch wie Science Fiction wirkt, das wird kommen. Und das, was vor, sagen wir mal, 30, 40 Jahren, sagen wir mal im Jahr 1970 als Science Fiction wirkt, das haben wir heute. Also sagen wir mal Internet, Handys, Geldautomaten, Produktionsroboter, wie wir sie heute in den Fabriken finden. Das war 1970 völlig unvorstellbar. Erkennen Sie mal 1970 jemandem, was das Internet ist, der wird sie groß angucken. Der sagt, das ist doch Science Fiction, sowas wird es nie geben. Das haben wir heute alles. Und mit der gleichen Sicherheit kommt all das in den nächsten 20, 30, 40 Jahren auf uns zu. Dinge, die wir uns heute nicht vorstellen können. Dinge wie zum Beispiel in dem Film iRobot, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Mitch Will Smith, da sehen wir Androiden, sowas wäre technisch in Zukunft machbar. Das wird kommen. Die Frage ist nur, wann oder ob zum Beispiel Androiden notwendig sind oder ob die irgendwelche anderen Fortbewegungsmitteln haben. Aber kommen wird das alles. Herr Gerstmann, die Automation des Journalismus will ich jetzt hier mal verdrängen. Ich will dann aber mal eine Klammer aufmachen. Könnte sogar die Wissenschaft dann automatisiert werden? Sie haben es ja ganz vage schon angesprochen. Also Roboter, die zum Beispiel forschen. Das habe ich in meinem Buch zum Beispiel beschrieben, in einem Unterkapitel 1.2.1. Und zwar habe ich da beschrieben, dass zum Beispiel eine Software namens Iridescent Beziehungsmuster aus über 13 Millionen wissenschaftlichen Artikeln herstellen kann. Es gibt weltweit ungefähr, ich glaube, 5.500 bis 6.000 wissenschaftliche Fachmagazine. Und diese 13 Millionen Artikel stehen online verfügbar. Das kann kein menschlicher Wissenschaftler verarbeiten. Software kann das. Dann kann man das Ganze zum Beispiel auch kombinieren mit künstlicher Intelligenz. Das sagen immer viele, das ist, ach KI, das wird es nie geben. Doch wird es, das wird also auch mit neuronalen Netzen und sehr clever produzierter Software kommen. Die Frage ist auch nicht, wird das dann menschengleich sein? Nein, es muss ja nur funktionieren. Es muss das Ergebnis hervorbringen, das die Betriebswirte wünschen. Wenn man mal das Thema künstliche Intelligenz nimmt, habe ich mich jetzt in Vorbereitung auf dieses Gespräch auch mal damit auseinandergesetzt. Was ist eigentlich Intelligenz? Und habe festgestellt, es gibt gar keine Definition davon. Es gibt ein großes Tauziehen in der Fachwelt, was das ist. Ist das jetzt emotionale Intelligenz? Ist es dies, ist es das? Für die Arbeitswelt sehr relevant ist im Bereich der Intelligenz zum Beispiel das Thema Mustererkennung. Wenn ich einen Intelligenztest mache, dann geht es vor allen Dingen um Mustererkennung. Es geht um Informationsverarbeitung. Und das ist einfach ideal für Computer. Die können das konstruktionsbedingt viel besser als die Menschen. Dann hält die Automation schon längst Einzug in der Forschung, in der Wissenschaft im Bereich der Laborassistenz. Zum Beispiel gibt es Laborcomputer, die biochemische Experimente selbstständig durchführen und dann auf Grundlage ihrer eigenen Ergebnisse weitere Experimente eigenständig planen. Das muss man sich mal vorstellen, das wäre vor zehn Jahren undenkbar gewesen. Heute läuft das schon. Das ist nicht geplant, das läuft schon. Oder Wissenschaftler der Cornell University noch eins. Die konstruierten einen Computer, der hat also gemäß Isaac Newton, der dann einmal sah, ein Apfelfeld vom Baum. Aha, es gibt die Schwerkraft. Die also durch Beobachtung Naturgesetze identifizieren können. Und so geht das immer weiter, auch in der Forschung. Herr Gastmann, Sie nennen jetzt eine ganze Reihe von positiven Beispielen, künstliche Intelligenz, Forschungsarbeiten und so weiter. Gucken wir jetzt mal nach vorne. Ab welchem Jahrzehnt wird die Automation in der Arbeitswelt dann zum Problem werden? Die Frage ist, vielleicht sogar in der Vergangenheitsform zu stellen, seit welchem Jahrzehnt. Ich würde das mal so in den 1970er Jahren festmachen, da fing das an. Da wurden die Maschinen immer leistungsfähiger. Da wurde also im Bereich Hydraulik, Pneumatik, Sensorik, da wurde also immer mehr eingeführt, umgesetzt. In den 80ern kamen die Computer auf. In den 90ern kam dann der ganz große Durchbruch der Computertechnik, gerade bei Bürojobs, in den ganzen Buchhaltungsjobs und so weiter. Ja, eigentlich überall. Die Software läuft im Grunde genommen seit den 90er Jahren so richtig auf Hochtouren und das geht ja immer weiter. Und die Frage ist also, oder das Tückische daran ist, das geht ja von Jahrzehnt zu Jahrzehnt und von Jahr zu Jahr immer weiter. Selbst Menschen, die das leugnen, die kann man einfach mal fragen, glauben Sie denn, dass die Technologie, dass der technische Fortschritt irgendwann mal aufhört? Dass die Menschen aufhören, Arbeitsplätze wegzurationalisieren, dass die Technik einfach stehen bleibt. Und dann wird ja jeder sagen, nein, das wird nicht passieren. Und dementsprechend sieht die Zukunft aus. Also für unsere Kinder wird das eine ganz schwierige Zukunft, dann mit richtig leistungsfähigen und kostengünstigen Automaten, Software und so weiter zu konkurrieren. Wird es dann in Zukunft überhaupt noch eine Arbeitswelt geben, wenn man sich dann vorstellt, dass vielleicht nur noch 5 bis 10 Prozent allerhöchstens im Erwerbsleben stehen und die anderen, die gucken einfach nur zu? Eine Arbeitswelt muss es ja immer geben, solange irgendwas hergestellt wird, irgendwas verkauft wird, findet ja Arbeit statt. Nur die Frage ist, wer ist denn noch dabei? Sind Menschen noch dabei? Und wenn ja, wie viele? Und zu welchem Einkommen? Die Arbeitswelt besteht ja aus drei Gruppen. Das wird es ja immer geben. Es gibt nämlich einerseits die Arbeitgeber bzw. die Unternehmenseigentümer, die kleinste und reichste und mächtigste Gruppe. Dann gibt es die Arbeitnehmer, die, sagen wir mal, Mittelschicht, die von unten wegschmilzt. Und dann gibt es die Aussortierten, die Arbeitslosen. Und was sich ändert in Zukunft, was sich immer weiter so schleichend ändert, das ist die Proportion dieser Gruppen. Also zahlenmäßig oder auch in Bezug auf Einkommen und Vermögen. Das reißt die ganze Gesellschaft auseinander. Es kann ja keine Gesellschaft wirklich auf Dauer existieren, wo eine große, breite Masse aussortiert wird und zugucken muss, wie einige wenige in sehr großem Wohlstand leben. Dann sagt die große Masse der Gesellschaft, so, das mache ich nicht mehr mit, jetzt ist Schluss, jetzt gibt es Revolution. Oder ich wähle was Rechtsradikales, im schlimmsten Fall. Oder es bricht Gewalt aus, wie zum Beispiel jetzt in Griechenland in diesen ganzen Unruhen. Das Ziel aller Unternehmen ist, wie ich ja sagte, 0% Personalkosten. Und die, sagen wir mal, Automobilindustrie, die ist schon gar nicht weit davon entfernt. Volkswagen oder Daimler, die sind zum Beispiel bei 15% Personalkosten. Im Einzelhandel, bei den Discountern liegen wir bei 8-9% Personalkosten. Das ist eigentlich ein Witz. Und es wird immer mehr automatisiert. Und wie Sie gerade sagten, Sie sprachen von 5-95%. Das wird kommen. Es gibt zwar immer neue Jobs, aber die neuen Jobs, die werden immer weniger. Und die wenigen, die übrig bleiben, müssen den Rest finanzieren. Und in den letzten ungefähr 15 Jahren, da hat sich das Verhältnis umgedreht. Vorher waren es also 60% der Menschen, die ihr Einkommen mit Erwerbsarbeit finanziert haben. Heute sind wir bei 38%. Und das sinkt immer weiter. Also ein weiterer Aspekt, der völlig unterschätzt wird, ist das Mismatch zwischen Qualifikation und Anforderung. Das heißt, die Schere zwischen der menschlichen und technischen Evolution reist immer weiter auseinander. Also die Schere zwischen dem, was Menschen können, und dem, was Arbeitgeber verlangen. Herr Gastmann, Sie beschäftigen sich ja schon seit Jahren intensiv mit diesem Thema. Zum Schluss die Frage vielleicht, wie kommen wir denn aus dem Dilemma daraus? Ich fürchte, da kann ich nicht ganz objektiv sein. Durch das Bandbreitenmodell. Das heißt, durch die Verknüpfung von Geschäften und Beschäftigung regional. Das läuft also im Bandbreitenmodell darauf hinaus, dass es heißt, wer in Frankreich Geschäfte machen will, der muss auch in Frankreich dementsprechend viele Franzosen beschäftigen. Wer in Deutschland Geschäfte machen will, muss in Deutschland Menschen beschäftigen. Und zwar in einer Proportion, mit der er seinen Umsatzsteuersatz senken kann. Es kann nicht sein, dass wir zum Beispiel hier in Europa immer mehr einfach nur noch zu Kunden von asiatischen Importen werden. Aber die Arbeitsplätze liegen im Ausland. Also da bluten wir aus. Das funktioniert nicht. Aber mit dem Bandbreitenmodell ist dieses Problem lösbar. Herr Gastmann, vielen Dank für das Gespräch. Das war Jörg Gastmann, Autor des Buches Die Geldlawine. Herzlichen Dank.